Cyberport präsentiert das Microsoft AudioDoc. Mit dem AudioDoc möchte Microsoft für Ordnung auf eurem Schreibtisch sorgen. Als All-in-One-Lösung verbindet es Lautsprecher, Freisprechfunktionen und Dockingstation in einem. Was die Neuheit kann, erfahrt ihr jetzt. Das AudioDoc nimmt mit den Maßen von rund 17x8x8 cm sehr wenig Platz auf eurem Arbeitsplatz weg und kommt dazu im ansprechenden Design daher. Insgesamt bringt der Allrounder 650g auf die Waage. Ausgestattet mit zwei omnidirektionalen Mikrofon-Arrays und dank der Geräuschunterdrückung überträgt das AudioDoc eure Stimme präzise in jeder Online-Besprechung. Für die Sound-Wiedergabe sorgen die integrierten Omni-Sonic-Lautsprecher. Mit 15 Watt starken Bessen und 5 Watt Hochtönern bietet euch das System einen ausgewogenen Klang. Dabei liegt der Frequenzgang zwischen 70 Hz bis 20 kHz bei der Musikwiedergabe und zwischen 200 Hz und 8 kHz im Konferenzmodus. Auf der oberen Seite findet ihr die Steuerelemente des AudioDoc. Eine Stummschaltungstaste zum Deaktivieren des Mikrofons sowie die sogenannte Teams-Taste zum direkten Einstieg in Online-Meetings oder zum digitalen Heben der Hand. Hinzu kommt eine Taste zum Starten und Stoppen der Audio-Wiedergabe und die Lautstärketasten. Zwei USB-C 3.1-Ports dienen zur Datenübertragung oder Aufladung. Darüber hinaus steht ein HDMI 2.0-Port zur Verfügung, mit dem ihr vier Kabelschirme mit jeweils 60 Hz verbinden könnt. Für Mäuse oder USB-Sticks steht ein USB-A 3.2-Port parat. Im Lieferumfang enthalten ist ein 1 Meter langes USB-C-Kabel inklusive Netzteil, über das das AudioDoc Strom bezieht und via PowerPass-Through, Notebook und Co. aufladen kann. Dockingstation, Mikrofon und Lautsprecher in einem. Mit dem AudioDoc von Microsoft. Microsoft Office 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 Life系 Das Deistungst des Vaneik Ian Das Deistungst du lautstc Vielen Dank.